Heute stelle ich euch Wheel City Life vor. Sascha, mein Mann aus dem hohen Norden. Ein Hamburger auf vier Rebern. Sascha ist von allen Influencern, die ich hier vorstelle, er, der am wenigsten lang behindert ist. Und klingt komisch, ist aber so. Und darum nimmt Sascha uns quasi mit seiner Kamera mit, wenn er sein neues Leben entdeckt. Und weil er eine coole Socke ist, bleibt erstens kein Thema ausgespart und zweitens macht es auch noch Spaß. Ihr findet ihn auf YouTube und Instagram. Also los, reinschauen lohnt sich.